Foam Plus, das Direkteinschäumungssystem von Styropack. Eines der schnellsten Schaumverpackungssysteme am Markt. Foam Plus Schaum fertigt Maßanzüge. Extrem stoßfest und trotzdem leicht. Ideal für große Produkte, welcher Form auch immer. Das Produkt wird in das Bodenpolster eingelegt, solange der Schaum noch expandiert. Ein Kopfpolster schützt in gleicher Weise von oben. Wenige Sekunden nur und ihre Ware ist fest umschlossen. Foam Plus dehnt sich auf das 280-fache Volumen aus. So sorgen wir für optimalen Schutz beim Transport. Foam Plus, das Zwei-Komponenten-System, mischt den Schaum erst am Verpackungsplatz. Eine Software steuert und überwacht das Mischverhältnis. Die Programmierung bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um das Arbeiten zu erleichtern. Die Pistole ist selbstreinigend. Damit reduziert sich der Wartungsaufwand. Foam Plus, das zuverlässige Direkteinschäumungssystem. Perfekter Schutz von Styropack.